Die Pferd- und Jagd, Europas größte Messe für Reiter, Jäger und Angler, setzt ihren Erfolgsritt weiter fort. Insgesamt kamen 102.400 Besucher in der letzten Woche aufs Messegelände Hannover, um sich in acht Hallen über neueste Trends und Produkte der drei Branchen zu informieren. Die Messe bietet nicht nur eine einzigartige Möglichkeit, sich für Reiterei, Jagd- und Outdoor-Abenteuer auszurüsten, sie bietet darüber hinaus ein unglaublich vielseitiges Rahmenprogramm, das von den Besuchern sehr gut angenommen wird. Die nächste Pferd- und Jagd wird am 6. bis 9. Dezember 2018 stattfinden.